Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und die kluge Zusammenfassung. Ich bin fast dabei zu sagen, eigentlich können wir jetzt aufhören. Sie haben es so schön gesagt. Vielen Dank an die Landesbibliothek und auch an die Stiftung. Es ist mir natürlich eine besondere Ehre, hier in Stuttgart zu sein, der Stadt Theodor Heuss, und Sie sehen ihn hinter mir, der mich teils der Forschung und des Schreibens begleitet hat und wie kein anderer eine Stimme der Moral für die Deutschen der Nachkriegszeit war. Und wir werden ihn in einigen Stellen auch gleich hören. Mein Buch, Sie haben es gehört, geht von 1942 bis heute. Und letztlich handelt es darum, wie wir geworden sind, so wie wir sind. Also wir meine ich, Sie und ich und viele andere Menschen, die in Deutschland leben. Also sowohl deutsche Bürger, Staatsbürger, aber auch andere Gruppen, die in Deutschland leben. Adenauer, Brandt und Heuss kommen natürlich vor. Und ich versuche, die allgemeine Geschichte Deutschlands nachzuerzählen. Aber worum es mir wirklich geht, ist, wie Sie es eben gehört haben, ist zu erkunden, wie es zu einer moralischen Neuorientierung kommen konnte, wie weit diese Neuorientierung gegangen ist und auch, wo sie an Grenzen gestoßen ist und möglicherweise Defekte hinterlassen hat. Das ist teils eine Geschichte von Schuld und Scham und Amnestie. Ein Ringen um, wie viel Militär und wie friedfertig sollen die Nachkriegs Deutschlands Ost und West sein. Es dreht sich um das Aufarbeiten der eigenen Verbrechen, die aber immer in Spannung stand mit Bewegung, die versuchten, einen Schlussstrich zu ziehen. Es geht um deutsche Haltung zu Fragen von Gerechtigkeit. Was zählt als fair? Für wen? Wie viel Lasten und Opfer sollen bestimmte Gruppen tragen für den Rest der Gemeinschaft? Es geht um Umweltbewusstsein, aber auch um die Liebe zum Auto, mit der das Umweltbewusstsein ringt. Und es dreht sich um die schwierige Rolle Deutschlands in der Welt, wo auf der einen Seite Deutschland Friedensmacht sein will, sich stark macht für Menschenrechte, und wir sind in Stuttgart, auch Exportweltmeister sein möchte. Und wie Sie wissen, werden mittlerweile mehr Mercedes gebaut in China als hier um die Ecke. Und die Zulieferer sind nicht unbedingt immer sauber. Und es geht ums Geld, die Deutschen und ihr Geld. Da werde ich am Ende noch etwas zu sagen. Was ich jetzt in den nächsten 40 Minuten machen möchte, ist nicht jeden Teil der Neuorientierung zusammenzufassen für Sie. Schon gar nicht möchte ich abstrahieren, sondern ich habe mir überlegt, dass es vielleicht interessanter ist, sich ein paar Themen rauszugreifen und Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen die Stimmen zu hören. Die Stimmen der Deutschen, die ich untersuche im Buch, die, ich glaube, ganz erhellende Einsichten geben können über den Prozess. Und dann am Ende hoffe ich, habe ich noch ein bisschen Zeit, um aufs Hier und Heute zu sprechen zu kommen und etwas offen und kurz zu sagen, wie diese lange Geschichte möglicherweise uns auch helfen kann, die gegenwärtigen Krisen besser zu verstehen. Mein Buch fängt an im Winter 1942-43 und nicht 1945 mit der sogenannten Stunde Null. Das war keine vorgezeichnete oder abstrakte Entscheidung, die ich irgendwie getroffen habe, sondern es hat sich wirklich innerhalb meiner Forschung in den Archiven ergeben, wo mir zunehmend klar wurde, auch von Briefen, Tagebüchern, aber auch den Berichten des Sicherheitsdienstes, des Naziregimes, wie seit dem Winter 1942-43 bestimmte Dinge aufbrechen. Daher auch der Titel des Buches, wie gewisse Selbstverständlichkeiten, Grundannahmen über den sogenannten gerechten Krieg, bei einigen Gruppen in Frage gestellt werden. Und einige Deutsche, nicht alle, aber einige Deutsche anfangen, auf einmal sich selbst anders im Spiegel zu sehen und sich Gedanken machen über ihre eigene Rolle in Nazi-Deutschland und im Zweiten Weltkrieg. Das hat also mit dem Niedergang der Armee von Paulus in Stalingrad zu tun, die einen riesigen Schockeffekt hat, in erster Linie natürlich für die Eltern, die nicht wissen, wo sind ihre Söhne tot, sind sie möglicherweise in Gefangenschaft und was ist besser, dass sie tot sind oder in der Gefangenschaft in der Sowjetunion und sich Fragen stellen auf einmal, was ist das für ein Krieg, was ist das Ziel des Krieges, was sind gerechtfertigte Opfer, die von uns verlangt werden in diesem Krieg. Und dann kommt die Bombardierung der deutschen Städte, die hat natürlich schon vorher angefangen, aber jetzt sind es wirklich, werden sie intensivisiert, werden sie intensiver und vorwiegend auf Städte und Zivilbevölkerung. Und dann stellen sich Fragen, warum werden wir bombardiert? Das muss ja irgendeinen Grund haben, fragen sich die Menschen. Das ist so der große, die Anfangsphase und ich benutze die, um auszuloten, wo verschiedene deutsche Gruppen stehen, zu dem Zeitpunkt, wo der Krieg kippt und der Krieg noch nicht verloren ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass der Krieg nicht gewonnen werden kann. Und daraus folgen dann Fragen, dass man möglicherweise zur Verantwortung gezogen wird. Ein Beispiel, in Oldenburg gibt es einen Oberschullehrer, der den Ausbruch des Krieges 1939 begrüßt, bei 1940 enthusiastisch an Kollegen, die im Krieg dienen, schreibt, Hitler, der größte Feldherr aller Zeiten, haben wir ein Glück, wir Deutschen. Das ist alles wunderbar. Wie Hitler das alles macht, mit wie viel Geschick. Unglaublich. Es ist der größte Krieg und ein gerechter Krieg. Der Sohn wird eingezogen und Ende 1942 ist der Sohn dann an der Ostfront und in Stalingrad. Derselbe Lehrer, der Mitglied der Partei wird, der beginnt Berichte für den Sicherheitsdienst zu schreiben, über was seine Kollegen so plaudern und die Leute in Oldenburg. Nach Februar 1943 beginnt in seinem Tagenbuch über Dinge zu reflektieren, die er vorher so ganz kurz nur notiert hat. Es gab in 1942 schon Schüler, die zurückkehrten aus der Ukraine und aus Polen und dem Lehrer von Gräueltaten berichtete. Das wird nur so kurz notiert. Nach Februar 1943 hat es ein ganz anderes Gewicht. Und er fragt sich, wer ist das größere Übel? Stalin oder vielleicht doch Hitler? Solange mein Sohn nicht zurückkommt, hisse ich keine Hakenkreuzflagge mehr. Er nimmt sein Parteizeichen ab, weigert sich an bestimmten öffentlichen Kundgebungen teilzunehmen. Und bei 1944 hat er sich davon überzeugt, dass er ja eigentlich sowieso nie den Krieg unterstützt hat und immer schon seine Zweifel hatte. Das eine, die Ausländer unter Ihnen wissen, dass im Ausland wird der deutsche Witz nicht sehr hoch geschätzt. Die Deutschen verstehen keinen Witz. Aber es gibt in dem Buch mehrere Witze, häufig eher dunkler oder zynischer Art und Weise. Aber es gibt einen Witz im Frühjahr 1943, den der Oldenburger Lehrer berichtet. Der Nachbar hätte seine Frau beiseite genommen und hätte gesagt, kennen Sie den kürzesten Witz? Wir siegen. Das ist die Situation, mit der sich jetzt einige auseinandersetzen müssen. Und im Bombenkrieg wird nach Gründen gesucht. Und da gibt es ein ganzes Spektrum von Gründen, die angeboten werden. Die beiden Kirchen sind lautstark dabei, ihren Gemeinden zu sagen, dass die Bombardierung hat nichts mit dem Hier und Heute zu tun. Es ist letztens eine Strafe Gottes, dass wir nicht gläubig genug gewesen sind. Damit hat es was zu tun. Geht zurück in die Kirchen und alles wird sich rechten. Dann gibt es auf der extremen anderen Seite Gruppen, die sagen, ja, Goebbels hat ja recht. Wir werden bombardiert. Warum werden wir bombardiert? Ja, weil die Juden und Bolschewisten das deutsche Volk auslöschen wollen. Also müssen wir jetzt richtig hart durchgreifen. Zu dem Zeitpunkt sind bereits die meisten Juden bereits ermordet gewesen. Aber die Nachrichten, die jetzt an die Heimatfront kommen, von Erschießungen, Konzentrationslagern und dann auch von Vergasung, haben jetzt eine Brisanz, weil es möglicherweise den Deutschen an den Kragen geht. Und es gibt jetzt Gruppen, die sich zum ersten Mal Gedanken machen, wie haben wir gehandelt in der Kristallnacht, bei den Deportationen. Vielleicht haben wir, um den Jargon der damaligen Zeit zu benutzen, vielleicht haben wir es ja doch ein bisschen zu doll getrieben mit den Juden und jetzt werden wir bestraft. Und das ist eigentlich auch gerecht, dass wir bestraft werden. Um Ihnen Eindruck zu geben, wie diese Stimmen heißen, lassen Sie mich kurz zitieren vom Sicherheitsdienst, die Stimmen aus der Bevölkerung in der Provinz und in Städten aufnehmen und weiterleiten. Und wir sind, ich fange an mit dem Frühjahr 1943, in Halle an der Saale, waren die Meinungen gespalten zwischen denen, die die Juden totschlagen wollten und denen, die meinten, wenn die Deutschen die Juden nicht angegriffen hätten, wäre bereits Frieden. Der Schock von Stalingrad ist immer noch nicht ganz abgeklungen, stellte der Regierungspräsident von Schwaben im Juni 1943 fest. Und man befürchtete, die Russen könnten deutsche Kriegsgefangene aus Lohn der Sünde Rache für deutsche Massenexekutionen an Juden im Osten töten. Im November 1944 kritisierte die Sicherheitsbehörde in Stuttgart die Nazi-Propaganda über das Massaker der Roten Armee an deutschen Zivilisten in Nemmersdorf, heute Mayakovskoye in Litauen, dem ersten Dorf in Ostpreußen, das an die Sowjets fiel, weil eine solche Aktion leicht nach hinten losgehen könne. Zahlreiche Stimmen aus allen Bevölkerungskreisen sagen, jeder denkende Mensch, wenn er diese Blutopfer sieht, denkt sofort an die Gräueltaten, die wir im Feindesland, ja sogar in Deutschland begangen haben. Haben wir, nicht die Juden, zu Tausenden hingeschlachtet? Erzählen nicht immer wieder Soldaten, Juden hätten in Polen ihre eigenen Gräber schaufeln müssen. Und wie haben wir es denn mit den Juden gemacht, die im Elsass, im KZ waren? Die Juden sind doch auch Menschen. Damit haben wir den Feinden ja vorgemacht, was sie im Falle ihres Sieges mit uns machen dürfen. Wie Sie gehört haben, ist hier viel von wir die Rede. Und das ist Teil des Anfangs des Buches, wie unter den Menschen an der Heimatfront sich ein Gefühl der Mitschuld und Mitverantwortung an den in ihren Namen begangenen Verbrechen breitmachte. Das ist ein Thema, was mich durch das ganze Buch hindurch beschäftigt. In erster Linie dreht es sich da um die Verbrechen der Wehrmacht und den Holocaust. Fragen von Mitverantwortung. Wofür sind wir eigentlich mitverantwortlich? Wir müssen ja nicht unbedingt am Hebel gesessen haben. Aber diese Frage dreht sich letzten Endes bis in unsere heutige Zeit. Denken Sie an die Klimakrise, wo es auch um Fragen der Mitverantwortung geht. Und eine Sache, die ich untersuche, ist, inwieweit dieses Gefühl der Mitverantwortung und dafür zur Rechnung gezogen zu werden, einen Schatten auf die Nachkriegsgeneration gelassen hat. So, da waren wir jetzt am Ende des Krieges. Diese Zweifel und Sorgen, die sich ausbreiten, sind nicht genug, um die Nazi-Herzschaft zu brechen. Dazu braucht es die Rote Armee und amerikanische Soldaten. Aber es ist was aufgebrochen in der Volksgemeinschaft. Es gibt eine Verhärtung von enthusiastischen Kämpfern, die bis zum letzten Blutstropfen weiterkämpfen wollen. Und es gibt andere, die sich zunehmend ins Private zurückziehen und sich distanzieren. Und das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie die deutsche Gesellschaft nach 1945 weitermachen konnte. Wie der Oldenburger Lehrer, der sich selbst in seinem eigenen Selbstverständnis und Selbstbild neu inszeniert hat, schon kurz bevor die Niederlage kommt. Nach 1945 gibt es dann zuerst ein Diskurs über Schuld. Und das möchte ich betonen. Also Sie haben eben schon von Hannah Arendt gehört, in 1949, ein wichtiger Artikel, in der Arendt auf ihrer Besuchsreise festmacht, dass die Deutschen apathisch, gefühlsarm, höchstens Selbstmitleid haben, aber letzten Endes kalt, kühl sind gegenüber dem, was sie an anderen Opfern ausgeübt haben. Und dieser Text wird häufig in der Literatur benutzt, um zu sagen, ah, die Deutschen haben nie über Schuld geredet. Sind immer nur stumm gewesen. Und dann kommen endlich die 68er und das Thema wird aufgerollt. Das ist nicht richtig. Also in 1945, 1946 gibt es eine ganze Reihe von Schulddiskursen, nicht nur von Jaspers, die berühmten Vorlesungen zu Schuld, sondern es gibt auch nationalkonservative Stimmen wie Ernst Wichert, einer der Bestsellerautoren in der Zwischenkriegszeit, der dann kurzfristig selbst im Konzentrationslager ist. und inklusive in Stuttgart große, große Reden hält zur Schuldfrage. Was anders ist, ist, dass Schuld nicht wie Schuld heute verstanden wird. Wenn wir über Schuld reden, dann ist es eine weltliche Schuld. Wir versuchen, sie dingfest zu machen, historisch und politisch und kausal, durch kausal Zusammenhänge unsere Verantwortung für bestimmte Taten zu sehen. Das ist aber nicht die Schuld, über die Deutschen Ende 1945 und 1946 reden. Wichert spricht von der Schuld der Deutschen, aber es ist eine fast metaphysische Schuld. Eine Schuld, die bis zur Erbsünde zurückgeht. Wir sind alle irgendwo schuldig und mit Schuld geboren, als Christen und als Menschen. Und wir sind letzten Endes Teil eines Komplexes, der in der Moderne von bösen Gewalten bedroht wird. Also Hitler ist ein Dämon, der fast ja magische Kräfte entwickelt hat. Und diese magischen Kräfte sind nicht zu verorten in politisch-historischen Kontexten, wie es ein Historiker heutzutage machen würde, also 1933 oder Versailles oder dem Ersten Weltkrieg, sondern es ist irgendwo in der Luft der Moderne, die den Menschen korruptiert und zu einem Abfall von Gott führt. Das heißt, die Deutschen müssen bestraft werden, denkt Wichert, insbesondere die Täter. Aber die Ursachen sind nicht in einer spezifischen deutschen Konstellation zu suchen oder politischen Ideologien, sondern in dem bösen Geist der Moderne. Bischof Wurm, der sich stark macht, dass die evangelische Kirche ein Schuldbekenntnis abliegt und damit ein bisschen in der Minderheit ist, bekommt viele Briefe von Kriegsgefangenen. Ein deutscher Kriegsgefangener in Italien schreibt ihm, 48, völlig erbost, was denn die Bischöfe in Deutschland machen, dass sie erwarten, dass die Deutschen ein Schuldbekenntnis abgeben. Das ist doch Unsinn, sagt der Mann. Sicher, wir müssen unsere Schuld Gott bekennen, aber anderen Nationen, wir als Deutsche, das ist Unsinn. Das führt doch zu überhaupt nichts. In den frühen 50er Jahren besucht ein Soziologe viele deutsche Familien. Er ist interessiert an sich verändernden Familienverhältnissen. Und in den Gesprächen kommt immer wieder die Kriegszeit vor. Und er hat dann ein Beamten-Ehepaar und fragt sie, was denken Sie so? Wie wird die Zukunft aussehen? Und die Frau sagt, also ganz düster, ganz düster. Sie hätte also Angst, was alles noch passiert. Und der Soziologe sagt, aber wieso denn? Ja, das Böse. Und der Soziologe, was meint sie denn mit dem Böse? Und wie aus der Pistole sagt sie, na Hitler. Und der Mann sagt, sei ruhig. Der Soziologe lässt nicht nach und sagt, also wieso denn Hitler und das Böse, wo kommt denn das her? Und der Mann sagt, na ja, das kommt von früher. Was meinen Sie denn mit früher? Meinen Sie 1933? Nein, nein, viel früher. So eher Reformation und Aufklärungszeit. Ja, also 17. des 80. Jahrhunderts. Da schmunzeln wir jetzt drüber, wenn wir sowas lesen. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns auch die Literatur der späten 40er, frühen 50er anschauen, wie viele Titel über das Böse, das Böse im Menschen, das Böse in der Neuzeit und so weiter drehen. Und das war für diese mittelständische Ehepaar durchaus normal in diesen Kontexten zu denken. Dieses Gerede von Schuld wird dann recht schnell während der Entnazifizierung und danach durch Scham abgelöst. In 1949 in einer häufig zitierten Rede prägt Theodor Heuss das Wort Kollektivscham. Er sagt, also wir müssen nicht immer über Schuld reden. Es gibt sowas nicht wie Kollektivschuld, aber, sagt Heuss, es gebe Kollektivscham. Das ist 1949. Uns vielleicht wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nichts Neues war, sondern Heuss schon im November 1945 hier in Stuttgart im Staatstheater eine Gedenkrede hielt für die Opfer des NS-Regimes. Also wir sind ein halbes Jahr nach Kriegsende und es gab Stimmen von Menschen, die einen Schlussstrich ziehen wollten. Nicht mehr so viel Diskussion über die Gräueltaten, sondern nach vorne schauen. Heuss in November 1945 ließ das nicht gelten. Er betonte, dass die Opfer ein Recht darauf hätten, dass ihrer gedacht werde und Gedenkstätten, betonte Heuss, wären extrem wichtig für die moralische Erneuerung der Nation. Und dann fängt er an, die Opfer aufzuzählen und fängt mit den Sozialdemokraten an, Stauffenberg und anderen, die im Widerstand gestorben sind und schließt dann mit den folgenden Worten. Das schwerste und teuerste Opfer des Nationalsozialismus ist die Ehre des deutschen Namens, die in den Dreck sank. Und die Deutschen sollten in ihrer Wut als beschämte, wehrlose Zeitgenossen ihre Stimme erheben und sich auf ihre Pflicht besinnen, uns und den Namen unseres Volkes wieder zu reinigen. Das ist Teil dieses Scham-Diskurses. Wir sollten uns schämen, was passiert ist. Die Nation ist beschmutzt worden und wir müssen durch Erinnerungen und anderes und Gedenken den Namen, den deutschen Namen reinigen. Was hier wichtig ist, ist, dass es sich nicht um Menschenrechte oder Menschenrechtsverletzungen dreht und auch nicht um den Einzelnen, sondern es gibt eine kollektive Scham, die der Nation ist. Und das sehen wir in den Reaktionen und Notizen von deutschen Kriegsgefangenen, die mit den Gräueltaten des Nazi-Deutschlands konfrontiert werden, weil sie sogenannte Gräuelfilme, Dokumentarfilme, die von den Briten und Amerikanern und auch den Sowjets produziert werden und dann gezeigt werden in 1945, 1946, darauf irgendwelche Reaktionen haben. Und das Interessante bei diesen Notizen ist, es geht nie darum, ich schäme mich als Mensch, sondern ich schäme mich als Deutscher. Dass diese Dinge unter deutschen Namen passiert sind, ist für mich unglaublich. Und man hat so ein bisschen die Idee, als ob die Kulturnation auf diese Menschen herunterschaut und sagt, ihr habt versagt. Nicht als Mensch, sondern als Deutsche. Deutsche sind eigentlich besser. Es gibt einen Offizier, der das sehr gut ausdrückt, der sagt, naja, also, dass diese Sachen in Polen und im Osten passiert sind, das ist mir schon klar. Das Schlimme ist, das konnte er sich nicht vorstellen, dass wir sowas in Deutschland hatten. Das ist, was ihn umtreibt, dass es auf deutscher Erde passiert ist. Nicht, dass diese Aktionen als solche passiert sind. Es ist also eine gewisse Art von Selbstbezogenheit und wenn viel von Selbstmitleid geredet ist, das gab es natürlich auch, aber das ist nicht scharf genug, sondern was es anzeigt, ist, wie viele aus dem Krieg eine selbstbezogene Perspektive mit sich tragen, die es ihnen wirklich schwer macht, sich in die Position anderer zu versetzen. Also, was wir heutzutage als Empathie bezeichnen, also die Fähigkeit, den Schmerz oder die Probleme von Dritten zu verstehen, uns in deren Lage zu projizieren, ist sehr, sehr schwierig für Deutsche zu diesem Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass sie immer unkritisch waren, um wieder Heuss zu zitieren, 1952, nachdem der Volkstrauertag wieder eingesetzt wird, betont, dass wir nicht, wenn wir den Toten gedenken, können wir den Toten als Privatpersonen gedenken, aber es war kein gerechter Krieg und was für eine Heimat haben die Soldaten verteidigt. Eine Heimat, wo es kein Recht gibt, nur plumpe Gewalt, sagt Heuss. Wie im Kalten Krieg nun das Gleichgewicht zwischen Remilitarisierung und Friedfertigkeit gezogen wird, ist eine Spannung, die sich sowohl in der Bundesrepublik als auch in etwas geringerem Ausmaß in der DDR vollzieht. Und damit sind wir bei Stauffenberg und dem Wort Aufstand des Gewissens, mein Buch heißt Aufbruch des Gewissens, Aufstand des Gewissens wird der Begriff, mit dem in Mitte der 50er Jahre Stauffenberg und das Attentat Hitler von 1944 gedenkt wird. Und dahinter steht die Idee, dass Gewissen und Moral gab es nicht mehr unter den Nazis und es war Stauffenberg und die Gruppe von Offizieren, die zu einem Aufstand des Gewissens geführt haben. Das ist falsch, also historisch gesehen ist das falsch gedacht. Denn das Grundproblem ist, die meisten deutschen Soldaten denken, sie haben ein Gewissen. und selbst die Nazis haben eine Moral. Das ist nicht unsere Moral, also glücklicherweise haben wir sie nicht mehr, aber in ihrem eigenen Selbstverständnis handeln sie moralisch. Man muss also nur die ewig langen Räder von Heinrich Himmler an seine SS-Leute hören. Das sind immer anständige Menschen und es geht lange um tugendhaftes Verhalten und die Moral wird benutzt, um Verbrechen oder was wir als Verbrechen ansehen, zu rechtfertigen. Aber es gab immer ein Gewissen. Die meisten Soldaten ringen mit ihrem Gewissen im Krieg und machen sich Sorgen um ihr Gewissen und versuchen irgendwo im Kriegsgeschehen mit sich und ihrem Gewissen treu zu bleiben. Es gibt immer ein Gewissen. Die Frage, die Stauffenberg nun aufwirft, ist, wenn Stauffenberg und die Offiziere des 20. Juli geehrt werden, was ist dann mit den Millionen von Soldaten und Offizieren, die bis zum bitteren Ende gekämpft haben? Und Sie können sich vorstellen, wie die Veteranenverbände auf das Gedenken an Stauffenberg regiert haben. Nämlich, was ist das denn? Das würde ja heißen, dass wir irgendwie unrechtmäßig im Krieg gehandelt haben. Nee, nee. Wir haben unseren Dienst getan. Wir hatten Befehle. Wir haben gehorsam diese ausgeführt. Wir sind genauso gewissenhaft. Da wird dann in den 50er Jahren eine berühmte Formel eingeführt von den Hilfsverbänden für die verschiedenen Veteranengruppen. Die sagt also, Stauffenberg, die sind ihrem Gewissen gefolgt und versuchten, Hitler zu töten, weil das für sie moralisch nicht anders möglich war. Und die Millionen, die weitergekämpft haben, haben auch gewissenhaft gelebt, weil sie nichts wussten. Und das ist der Kompromiss, der da eingegangen wird. Wenn wir über die 50er, 60er Jahre denken, denken wir schnell an die Massendemonstrationen gegen die Wiederaufrüstung und gegen die Einführung der Bundeswehr in Hamburg die größten Demonstrationen in der Geschichte der Stadt gegen den sogenannten Atomtod, der möglicherweise droht, dann die Ostermarsche in den frühen 60ern und dann 68 und spätere Massendemonstrationen, Menschenketten, die gegen den NATO-Doppelbeschluss und so weiter demonstrieren. Und das ist sehr wichtig. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Was dann schnell vergessen wird, ist, dass die große Mehrheit der deutschen Männer zur Bundeswehr gehen und auch sich mit dem Militär irgendwie auseinandersetzen müssen. Und das produziert dann die Frage, was heißt Militär und wie viel Militarismus gibt es da eigentlich noch in der Bundesrepublik? Und das ist höchst interessant, weil wir nicht nur auf Generalstabsebene einen Ringen haben, um was heißt Tradition der deutschen Armee? Dürfen wir auf Preußen schauen oder auch nicht auf Preußen? Was ist passiert mit diesen Tugenden im Zweiten Weltkrieg? Wie viel Gehorsam soll es geben und wie viel Demokratie? Können wir eine Armee haben, wo Leutnants die Befehle ihre Offiziere hinterfragen? Was passiert dann im Ernstfall? Das sind große Fragen, aber sie passieren eben nicht nur auf höchster Ebene, sondern sie passieren in den Kasernen unter Unteroffizieren und Ähnlichem. Und da haben wir glücklicherweise mehrere hundert Aufsätze, die Bundeswehrsoldaten 1961, 62 schrieben, während Seminaren zu Fragen wie was denken sie von Stauffenberg oder Fragen wie gibt es noch preußische Tugenden oder was darf man, was darf man nicht, wenn man unter Beschuss kommt vom Partisanen. Und wir haben die Antworten aus diesen Aufsätzen und die zeigen uns so ein bisschen wie ein Spiegelbild das Spektrum von Stimmen, die es gibt in den 60er Jahren und die gehen von eben einer Rechtfertigung Stauffenbergs als der einzige moralische Lichtblick zu einer Verteidigung des Bürgers in Uniform, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Stimmen und da die meist vergessen sind, lese ich Ihnen kurz dazu ein paar Zitate vor. Ein Soldat, ein Unteroffizier 1962 schreibt, dass auch wenn Hitler einen ungerechtfertigten Krieg geführt hätte, bestünden die großen Tugenden der deutschen Soldaten weiter, wie Tapferkeit, Gehorsam, Treue, Pflichtbewusstsein, Kameradschaft. Anderer Soldat betont, dass die Deutschen zwar den Zweiten Weltkrieg verloren hätten, aber sie hätten Unwahrscheinliches geleistet und dass selbst Wehrdienstverweigerer doch bitte Respekt zollen müssten, wie sie sich so tapfer gegen einen zahlreichen Feind gewehrt hätten. Ein anderer Bundeswehrsoldat bei der Frage, was ist ihr Lieblingsbuch und warum, wählte das Buch von Gerd Geiser aus, die sterbende Jagd von 1953 über eine Gruppe von Kampfpiloten. Was ihn besonders dabei beeindruckte war, dass die Kampfpiloten einer Sache dienen, die zum Scheitern verurteilt ist und trotzdem weiterkämpfen. Ihr Empfinden von Ehre und Scham, ihre überzeugende Haltung machte sie zu inneren Siegern. Andere führen aus, dass wir weiterhin je selbstlose Soldaten brauchen, weil die Gefahr besteht, dass die Zivilisation von einer Lawine überrollt werden wird aus dem Osten und das satte Bürgertum sowieso allzu zufrieden war und längst eine völlig degenerierende Rolle einnahm und die werden sowieso ferngeleitet durch vielerlei Kanäle. So ein antisemitisches Muster und dann haben wir Offiziere, die eindeutig sagen, also meine erste Pflicht ist nicht zu irgendwelchen Menschenrechten im Krieg ist meine erste Pflicht zu meiner Truppe. Wenn meine Truppe unter Beschuss kommt irgendwo von einem Dorf, natürlich gehen wir da rein und erschießen alle. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist die 60er Jahre. Nun gibt es eine Gegenreaktion, die zunehmend Friedfertigkeit und Protest und offene Demonstration zu einer neuen Tugend erhört. und das sind nicht nur junge Studenten, sondern um einen Fall zu nehmen von 1983 in Mutlangen, einige werden ältere werden sich vielleicht erinnern, Mutlangen 1983 sollten Nuklearwaffen stationiert werden und Tausende setzten sich dann auf die Straße und blockierten den Zugang, wurden dann festgenommen und vor Gericht verurteilt und eine davon war die 1936 geborene Meta Lamberts und wir haben den die Gerichtsprotokolle, in der sie erklärt, warum sie macht, was sie macht und sie erklärt, dass für sie Frieden ein Lernprozess gewesen sei, zu dem sie eher spät in ihrem Leben fand. Ursprünglich war sie eine Lehrerin der alten Schulen, die ganz selbstverständlich ab und zu mit einer Ohrfeige ihre Schüler diszipliniert hat. Ich bin ein unpolitischer, ziemlich oberigkeitsgläubiger Mensch, sagt sie, aber sie wurde wachgerüttelt von der Erklärung der Kirchen 1981 über das Wettrüsten und sie wollte etwas tun, vor allem betonte sie angesichts der Mitschuld der Deutschen in der NS-Zeit und deshalb fing sie an, sich an Boykotten zu beteiligen von Produkten aus Südafrika und dann wurde ihr bewusst, sie bezahlt ja auch Steuern, also irgendwo hat sie dann ja auch einen Anteil an den Rüstungsausgaben. Ich darf diese Dinge nicht einfach den Politikern überlassen. Ich muss mich selbst engagieren, sagt sie und sie begann 5 Mark und 72 Pfennig von ihrer Kfz-Steuer einzubehalten, ein Pfennig Pershing II beziehungsweise Cruise Missile. Das ist die neue Zivilcourage und es sind eben ältere Generationen, die genauso wichtig sind wie Jüngere. Eine Kernfrage, die Kirchen und dann auch Regierung belastet und teils spaltet, ist die Rolle des Gewissens. Was ist überhaupt das Gewissen? Wenn man sich Soziologen anguckt in den 60er-Jahren, die was zu Gewissen schreiben, ist das Interessante, dass die Grundannahme ist, die moderne Welt ist so komplex und wir haben Arbeitsteilung überall und wir delegieren alle möglichen Verantwortungen und haben Regulierungen, wir haben Gerichte, wir haben Kirchen, wir haben Organisationen, Firmen und vieles mehr, dass eigentlich man gar kein Gewissen mehr braucht. Das wird so ausgelagert und nur Forscher, die an der Atombombe selbst bauen, müssen sich vielleicht noch Fragen über Gewissen stellen. Interessanterweise von den späten 60er-Jahren gibt es mehr und mehr Deutsche, die genau das tun, nämlich ihr Gewissen prüfen müssen, weil sie Wehrdienstverweigerer sein wollen und das ist im Unterschied zu anderen europäischen Ländern wie Dänemark, die eher eine konstante Zahl hat, schießt die Zahl der Deutschen Wehrdienstverweigerer nach oben und das heißt, das Gewissen muss irgendwie geprüft werden und ursprünglich gibt es eine Gewissensprüfung, in der der Rekrut darlegen muss, warum es mit seinem Gewissen laut des Grundgesetzes nicht möglich ist, den Wehrdienst abzuleiten. Aber wo ist denn das Gewissen? Schauen Sie sich Ihren Nachbarn an, man kann nicht darauf zeigen, es heißt, Gewissen kann eigentlich nur interpretiert werden, durch wie es verbal ausgedrückt wird oder im Handeln sich zeigt. Und das führt dazu, dass diese Gewissensprüfung und die Kommission zu einem Schauspiel werden, in der junge Menschen vorbereitet werden, wie man ein Gewissen darstellt und kommuniziert und seine eigene Lebensbiografie und die der Eltern mit Blick auch auf, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, eine Identität darzulegen, die eindeutig machen soll, dass es mit dem Gewissen unvereinbar ist, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Also Gewissen steigt auf und breitet sich aus, so weit, dass dann in den 80er Jahren die Kirchentage, die jährlichen Kirchentage, Hunderttausende von Menschen anziehen, die in kleinen Gruppen um sich sitzen, um sich ihres Gewissens zu vergegenwärtigen. Mehr Leute gehen zu den Kirchentagen als zu den Rolling Stones. Das ist eine unglaubliche deutsche Geschichte. Wie sieht es in der DDR aus? Mein Buch ist keine Geschichte der Bundesrepublik, sondern der drei Deutschlands, Nazi-Deutschland, geteiltes Deutschland, wiedervereintes Deutschland und eine Frage, die mich immer wieder umtrieb, ist und bleibt die Frage, inwieweit die DDR eine eigene Moral produziert hat und wo man sie möglicherweise finden kann, ob man Spuren finden kann, dieser DDR-Moral im Alltag der früheren DDR-Bürger. Walter Ulbricht, ein eitler wie auch ehrgeiziger Diktator, sah sich als Moses der DDR und hat die zehn Gebote der sozialistischen Moral verkündigt. Also nicht an sich selbst denken, sondern immer an die soziale Solidarität für die unterdrückten Kämpfer der dritten Welt einstehen, Opfer machen für das Gemeinwohl, sauber und tugendhaft die Kinder zu Sozialisten erziehen und so weiter und so fort. Wie viel ist davon passiert? Kurze Antwort, nicht viel. Unter Honecker wird dann schon privater Komfort wichtiger als gelebte sozialistische Solidarität und in der Mangelgesellschaft ziehen sich die meisten DDR-Bürger zurück auf ihre Datsche oder in Projekte ihr Eigenheim zu verschönern. Also das, was die DDR so als kleinbürgerliches Denken kritisierte, wird verstärkt durch die Mangelgesellschaft. Aber wir sehen es in vielen, vielen anderen Bereichen und ich gebe Ihnen nur zwei ganz kleine Happen, um das zu verdeutlichen. Einer ist von 1977 und hier gibt es einen Arbeiter, der in seiner Freizeit außerhalb der Fabrik Dienst macht bei einer sogenannten Konfliktkommission. Die DDR hatte ein riesiges Netzwerk von sogenannten Konfliktkommission. Die Idee war, Sozialistische Gesellschaft braucht Konsens und Einheit und Kompromissbereitschaft. Das heißt, wenn sich Nachbarn streiten oder Familien oder Sonstiges, soll es dann nicht ein privater Streit bleiben, der vor Gericht geht, sondern es gibt diese Konfliktkommission von guten sozialistischen Nachbarn, die den Leuten zureden und versuchen, das Problem zu lösen und das eine davon war dieser Fabrikarbeiter. Bis 1977, als er eine Notiz vom ostdeutschen Zoll bekam und sagte, tut uns leid, wir haben, die Stasi hat ein Paket, das an sie geschicktes einbehalten und das Paket beinhaltete einen Beachball, also einen aufblasbaren bunten Ball mit einem Schriftzug einer westdeutschen Firma, also denken Sie Nivea oder so und ein Bildband zur Olympiade von 1976 in Montreal, wo die DDR abgeräumt hat. Der Bildband hatte eine Einführung von Ernst Huberti. Einige werden Ernst Huberti den Sportjournalisten erinnern. Und der Mann ist außerdem Häuschen. In seiner Brigade reden sie was wieso werden unsere Sachen einfach so einbehalten. Es wären ja keine Lanza Magazine gewesen oder irgendwelche faschistischen Sachen und es war überhaupt nichts politisches ein Bildband mit Bildern von der Olympiade und letzten Endes entscheidet sich der Mann an die Minister zu schreiben und erklärt ich mache nicht mehr mit sagt er ich möchte kein Recht mehr sprechen wenn man mir nur Pflichten und keine Rechte auferlegt das ist einer von vielen Fällen die schon vor dem Zusammenbruch sich zurückziehen aus der sozialistischen Gemeinschaft wir haben in den 80er Jahren eine zunehmende Zahl die aus der SED entweder austreten oder nicht mehr daran teilnehmen so der erste Fall der zweite ist eine jüngere Generation 1985 in Magdeburg eine Lehrerin fällt aus und eine neue junge Hilfslehrerin wird in letzter Minute gebeten eine Klasse von 15 Jährigen zu unterrichten hat überhaupt keinen Lehrplan geht also ins Klassenzimmer und sagt ich bitte dass ihr einen Aufsatz schreibt das Thema des Aufsatz ist wie stellt ihr euch die Zukunft in 2010 vor also in 25 Jahren 1985 das sind die Kinder Honeckers und die Aufsätze haben wir es gibt einen Punk der sagt Aufsatz schreibe ich überhaupt nicht dann gibt es eine Person die die so die Floskeln des schwarzen Kanals einfach runterrappelt als ob sie auswendig alle anderen sowohl die Jungs als auch die Mädchen träumen davon mit Flugzeugen nach New York zu fliegen im Winterurlaub in der Schweiz Ski zu fahren der Mann hat ein Mercedes die Frau ist zu Hause mit Hund und zwei Kindern im Eigenheim eine andere Frau wird Friseuse fährt die ganze Zeit Urlaub nach Honolulu und was weiß ich nicht alles was es nicht gibt in diesen Aufsätzen ist irgendeine Form von sozialistischer Moral es sind also man könnte genau die Aufsätze haben aus der westdeutschen Konsumgesellschaft kein Unterschied Ich möchte ganz kurz jetzt ein paar Themen mit dem Hier und Heute verstricken und ja zur Diskussion auch einladen weil ich mir natürlich Gedanken mache ist wie bestimmte Formen der moralischen Neuausrichtung auch zu den Krisen in denen wir jetzt sind in Deutschland möglicherweise beigetragen haben und da habe ich drei Punkte die ich Ihnen kurz vorstellen will der erste Punkt ist zu Deutschland und Deutschlands Platz in der Welt in der moralischen Ausrichtung sieht sich Deutschland in erster Linie als Friedensmacht und auch als globaler Vorreiter der Energiewende Letzten Endes ist es relativ einfach moralisch zu sein wenn die anderen die Kohlen aus dem Feuer holen also die moralische Neuorientierung hat Deutschland unter anderem machen können weil sie hinter einem komfortablen Schutzschild die Rekonstruktion des Landes durchführen konnte immer wieder Momente wo Verantwortung für globale Verantwortung auch Verantwortung für die Folgen des eigenen Lebensstils ausgelagert werden das ist bei der NATO lange so gewesen aber ist auch wenn sie auf die Umweltsituation gucken so die Kernkraftwerter werden abgestellt Steinkohle wird zurückgefahren und hört dann auch auf aber Kohle wird dann importiert und Gas und Öl als ob von der planetaren Sicht das einen großen Unterschied machen würden es gibt Menschenrecht viele Menschenrechtsbewegungen und eine Außenministerium die immer wieder auf Menschenrechte pocht aber seit dem Ausbruch des Ukraine Kriegs sind die Investitionen deutsche Investitionen in China angestiegen nicht abgefallen und da gibt es viele Zulieferer wo es glaube ich nicht so eindeutig ist ob alle Menschenrechte immer gefolgt werden also womit wir es zu tun haben ist dass in einer Welt in der es Fragezeichen gibt hinter Globalisierung Fragezeichen gibt hinter militärischer Sicherheit Fragezeichen hinter einer Klimakrise die Moral immer mehr an Grenzen der Realität stößt und es schwieriger und schwieriger wird die Konsequenzen des eigenen Handels einfach so unter den Teppich zu kehren und das wird glaube ich sich auch in den nächsten Jahren nicht unbedingt bessern das zweite Thema ist Geld und dazu habe ich auch mehrere Seiten im Buch zu der Art und Weise wie Deutsche schon anders mit über Geld denken und anders mit Geld handhaben als andere Gesellschaften Geld steht letzten Endes auf moralischen Füßen in Deutschland und wir sind ja hier sozusagen im Land der schwäbischen Hausfrau also da erzähle ich Ihnen nichts Neues Theodor Heuss 1952 ergibt eine große Rede am sogenannten Weltspartag dem die Menschen aufgefordert werden zu sparen und er erklärt indem der Sparer an sich selbst denkt hilft er den anderen weil der Sparer wird selbstgenügsam und diszipliniert sich ist nicht mehr auf die anderen angewiesen kann daher liberal und unabhängig sein und auch ein Demokrat nun war leider das Problem dass 1952 der Rest der Gesellschaft sich überhaupt nicht klar war dass Heuss da im Recht ist wir hatten nicht nur die Hyperinflation 1923 die Sparbücher ausradierte sondern die vom zweiten Weltkrieg produzierte Inflation und dann eben die neue Währung der deutschen Mark die erneut den Sparern viel des Ersparten Wegnahm wegnahm und da ist die deutsche Gesellschaft zu dem Punkt sehr geteilt es gibt viele Stimmen die sagen wieso sparen bin ich blöd meine Eltern haben gespart meine Großeltern haben gespart und was ist ihnen geblieben nix ich bin noch nicht dumm hier und heute heißt es zu leben ich genieße das Leben es gibt Männer die ihre Frau instruieren lass es dir gut geben wir wollen nicht sparen ausgeben 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 bloß nichts ansparen Sparquote im Nachkriegs Deutschland ist extrem gering ist überhaupt nicht klar wo das hinführen wird aber dann gibt es andere Stimmen die genau die umgekehrten moralischen Konsequenzen ziehen aus den Verlusten in Hyperinflation und späteren Inflation eine davon ist Frau Möller die in den 80er Jahren in einem riesigen Forschungsprojekt den Forschern darlegt wie sie über Geld nachdenkt der Vater Frau Möllers hat in der Hyperinflation sein Fuhrunternehmen verloren Frau Möllers Mann nach dem Zweiten Weltkrieg das Geschäft trotzdem sagt sie nein 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 was würde aus der Welt werden wenn die Menschen statt zu sparen nur noch ausgeben oder schlimmer Kredite aufnehmen wo soll denn das hin das ist moralisch doch furchtbar denn die anderen die leiden doch darunter den nimmt man doch das weg nein das finde ich das ist Betrug Kredite sind Betrug in dieser Orientierung was hier wichtig ist ist dass Frau Möller überhaupt nicht so handelt oder denkt wie die meisten Wirtschaftsverschenschaftler annehmen wo wenn sich Preise verändern oder Zinsen verändern dann verändert sich das Verhalten Frau Möller hat bestimmte Grundsätze oder wie einige ihrer Zeitgenossen ausdrücken preußische Tugend die besten Tugenden und worauf das hinweist ist dass Geld und wie mit Geld ausgegangen ist keine wirtschaftliche Dimension ist sondern eine moralische indem man haushält beweist man sich dass man ein guter Mensch ist selbst wenn die Welt um ein zusammenbricht und und es Inflation gibt bleibt man seinen eigenen Grundsätzen treu dass es dazu kommen konnte hat unter anderem mit Heuss zu tun und anderen öffentlichen Stimmen die das Sparen aufladen als extrem wichtige deutsche Tugend ohne Sparen kann es keine Demokratie geben in dieser Denkweise es hat mit der Bundesbank zu tun die daran interessiert ist dass Arbeitnehmer sparen und Maß halten und nicht nach höheren Löhnen schreien die dann möglicherweise die Export Industrie bedrohen und diese dieser moralische Diskurs den wir bis zu Merkel verfolgen konnten und wie Merkel und Schäuble in der Eurozonen Krise den Mittelmeergesellschaften Lektionen geben was das richtige Haushalten ist aber die Grundidee ist dass die Volkswirtschaft letzten Endes eine große Version des schwäbischen Haushalts ist was totaler Unsinn ist also da müssen sie gar nicht Wirtschaftswissenschaftler sein das macht auch historisch überhaupt keinen Sinn denn wenn sie nach Hause gehen können sie nicht selber Geld drucken oder mehr Geld in Umlauf geben die Zentralbanken können das das ist eine ganz andere Diskussion warum ist das wichtig es ist wichtig weil es uns darauf hinweist dass Moral zwei unterschiedliche Ziele verfolgt die auch miteinander in Konflikt geraten können für Frau Möller ist Sparen Teil ihrer eigenen Identität es gibt ihr Ziele vor so soll ich leben dann lebe ich gut es ist ein Kompass der uns Richtungsanweisung gibt das ist extrem wichtig also ich würde nie sagen Moral ist irgendwie dubios oder nur Verschleiert nur Interesse Moral spielt eine sehr sehr wichtige Rolle sie gibt uns ein Anker und eine Selbst Gewissheit und Vergewisserung extrem wichtig aber auf der anderen Seite kann Moral auch ein Disziplinierungs Mittel sein und beim Sparen in der Nationalpolitik ist es in gewisser Weise ein Korsett geworden das mit der Schuldenbremse enger und enger geschnürt worden ist sodass Atemnot entsteht und viele Probleme mit der sich die deutsche Gesellschaft im Moment rum plagt sind die Folge davon ohne Schuldenbremse wahrscheinlich auch keine Ablösung des Diesel Zuschuss für die Bauern sie hätten keine Verteilungs Probleme hätte es mehr Geld in öffentliche Investitionen gegeben wäre der Stuttgarter Bahnhof schon längst fertig wahrscheinlich und die Deutsche Bahn hätte uns noch mehr Gäste gebracht es gibt eine ganze Reihe die digitale Unterversorgung ist Teil von einer Sparwut in der nie Geld da ist fast alle Ausländer die ich kenne gucken auf Deutschland und schütteln den Kopf insbesondere als die Zinsen so niedrig waren dass nicht mehr Kredite für öffentliche Investitionen benutzt wurden da ist die Moral teils verantwortlich für die Folgen mit denen wir uns rumplagen letzter Punkt ist die Krise der Demokratie wie Sie wissen hapert es mit der Demokratie nicht nur in Deutschland sondern Populismus gibt es in vielen anderen Ländern aber ich würde betonen dass es eine Art von Populismus und auch Demokratie Problem ist mit gewissen deutschen Eigenarten die AfD kommt nicht aus dem Nichts wir müssen uns daran erinnern dass in der Bundesrepublik es weiterhin antiliberale Tendenzen gab und damit meine ich nicht nur Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sondern eine ganze Reihe von demokratiekritischen oder feindlichen Bewegungen 1983 die rechten Republikaner die von der CSU abbrechen dann in Hamburg 2001 die sogenannte Schill-Partei über 20% in der freien sogenannten freien Hansestadt so liberal ist das da auch nicht immer das sage ich als Hanseat das gibt also Vorläufer auch in der Bundesrepublik das ist also kein reines ostdeutsches Problem aber das ostdeutsche Problem ist natürlich noch eine Stufe größer und sie wissen und lesen über die Umfragen die bis zu 35% projizieren ob das dann so ist weiß man immer nicht aber auf jeden Fall gibt es größere Unterstützung im Osten und das hat sehr viel mit der Entfremdung und dem Gefühl das nicht gehört zu werden zu tun der Idee dass die eigene Lebensbiografie ja nicht wahrgenommen oder entwertet worden ist sowohl die Lebensbiografie nach der Wende die Leistung die Transformation zu überkommen wie auch das eigene Leben in der DDR Zeit und da würde ich sagen weist so eine moralische Perspektive darauf hin dass wir mit zwei Problemen zu tun haben wir haben es auf der einen Seite mit dem Problem zu tun dass in Westdeutschland ja nicht genug wahrgenommen wird und nicht genug zugehört worden ist das ist glaube ich schon richtig da haben viele Kritiker einen Punkt aber es gibt einen zweiten Punkt und das ist dass sich auch Ostdeutsche die sich vernachlässigt vorkommen oder sogar als Opfer vorkommen nicht genügend mit der eigenen Vergangenheit in der DDR Diktatur auseinander gesetzt haben wir haben also weniger an Aufarbeitung in dem Sinne als wir es in der Nachkriegszeit nach den Nazis hatten und es wird nicht genügend reflektiert wie der eigene Alltag auch wenn man nicht bei der Stasi war und nicht Mitglied der SED wie der eigene Alltag verzahnt war und letzten Endes das Regime oder die Diktatur unterstützte und stattdessen haben wir Nostalgie wo der Alltag so als etwas Separates gesehen wird es gab natürlich gab es die Stasi und es gab auch Gefängnisse und Mauertote aber unser Alltag ist was ganz Separates und daher müssen wir uns gar nicht mit diesem Teil der Geschichte beschäftigen das ist glaube ich ein großes Desiderat was für die demokratische politische Kultur Probleme aufwirft zum Schluss um mit einer positiven positiven Bemerkung zu enden mein Buch heißt Aufbruch des Gewissens dieser Aufbruch war nie einfach war nie von vornherein unbedingt erfolgreich es gab große und lange Konflikte über was heißt nun gut und böse für verschiedene Gruppen wer soll welche Lasten tragen wer soll wie viel Verantwortung für die Verbrechen übernehmen und was ergibt sich daraus für die Opfer und wer zählt überhaupt als Opfer kurz es war ein großes Problem rauszufinden was es heißt deutsch zu sein es wurde viel verpasst aber es wurde auch viel erreicht und das würde ich immer betonen wollen ich weiß noch nicht was Theodor Heuss uns heute raten würde aber ich glaube es tut gut sich dieser moralischen Anstrengung zu erinnern in unserer eigenen krisenhaften Zeit vielen Dank